Hallo zusammen, ich bin Böse Gummibaum und ich werde heute Abend wieder live streamen. Heute Abend ist Mittwoch, also heute Abend ist der Abend des Mittwochs, das 25. September. Wir werden zuerst Age of Warne und Planetfall die Kieferkampagne weiterspielen und dann werden wir entweder Oxygen Not Included spielen oder werden sich genug Leute finden, die ein bisschen Dota Underlords Multiplayer machen wollen. Wir werden vielleicht ein bisschen Dota Underlords Multiplayer spielen. Because Fun! Ich habe schon ewig keine Underlords mehr gespielt. Also ich glaube, das letzte Mal habe ich eh im Stream. Nein, nein, nein. Ich habe noch ein oder zwei nachher gespielt. Aber ich habe eine lange Underlords Pause hinter mir, das heißt, ich habe keine Ahnung mehr, wie die Meta ist momentan. Ist ja auch egal. Man braucht schon eine Meta, wenn man eine Mutter hat. Nicht wahr? Okay. Keine Ahnung. Wurscht. Wann wir anfangen, habe ich noch nicht gesagt, oder? Wir fangen um 6 Uhr an. Steht eh oben im Titel. Für was sage ich überhaupt was im Video? Dann kommen solche blöden Sätze raus wie vorher. Jesus. Bis dann. Bis dann.